Er wird heute im Fokus stehen. Er ist der Topscorer der Liga, aber kann er auch heute wieder glänzen? Kann er uns auch heute wieder begeistern? Wir werden es erleben, live. Hallo und willkommen zu diesem Spiel, bei dem es leider in Strömen regnet. Mein Name ist Rolf Fuss, neben mir hat Frank Buschmann Platz genommen und wir werden das Spiel für Sie kommentieren. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Dynamo Dresden gegen 1. FC Köln. Ich glaube, für die beiden ist das hier mehr als ein Freundschaftsspiel. Die nehmen es sehr ernst, die wollen zeigen, was sie drauf haben. Ja, geht gut dazwischen. Da haben sie die Chance. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Ecke kommt's. Den Ball hat er gut geholt. Das ist Wilson-Manaffer. Die Abwehr ist da durchaus gefragt. Schöner Spielaufbau. Schuss kommt nicht durch. Die Gastgeber waren über die bisherige Saison das Team mit der besten Offensive. Die Offensive ist ihre große Stärke, Wolf. Das ist der beste Sturm. Das will ja was heißen. Wir haben einfach die Leute, die dieses Konzept, dieses Offensivkonzept perfekt umsetzen können. Die Treffsicherheit ist da. Der Ball läuft immer wieder perfekt. Und das kann natürlich auch heute in diesem Heimspiel den Erfolg bringen. Da können sie erstmal klären. Steffen Teges. Steffen Teges. Ecker. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Gute Gelegenheit, aber kein Tor. Zuletzt gab es einen Auswärtssieg. Das soll heute so weitergehen. Und ich sehe tatsächlich überhaupt keinen Grund, warum sie heute nicht an diesen 3 zu 1 Erfolg anknüpfen sollten. Sehr gutes Technik. Das war wichtig. Das sieht gut aus. Könnte die Führung werden. Das ist das erste Tor dieser Partie. Und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Nochmal dieser Treffer. Da ist die Flanke. Und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Aber er muss aufpassen. Weiter die Kölner. Aber jetzt verlieren sie doch den Ball. Da hat dann doch die Präzision gefehlt. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Sie können es machen. Er kann diese Chance nicht nutzen. Ja, aus dieser Entfernung, Wolf, da macht das normalerweise besser. Die Schiedsrichterin sieht, es muss doch den Freistoß geben. Wollte ja zunächst mal den Vorteil laufen lassen. Jetzt könnte Dynamo Dresden vielleicht über außen kommen. Ball an den kurzen Pfosten. Da ist das Tor. Und damit erhöhen sie ihren Vorsprung auf zwei Tore. Da ist das Tor noch mal. Ist natürlich eine wirklich gute Flanke. Und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Hier steht es. 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Vielversprechender Steilpass. Viel Platz da in der Mitte. Das nächste Tor. Die Abwehr erneut machtlos. Die Führung damit. Drei Tore. Nochmal die Wiederholung des Tors. Zunächst die Flanke. Und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht immer. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Flanke jetzt. Nur eine Minute noch nach Spielzeit. Dann ist hier Schluss. Wir gehen in die Pause. Nach dem ersten Durchgang liegen die Gastgeber hier. Die zweite Hälfte. Anstoß hat der 1. FC Köln. Er kann dieses Duell gewinnen. Und da zeigt er vollen Einsatz. Mit Erfolg. Er hat den Ball. Klasse Einsatz. Hätte sonst gefährlich werden können. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Ball draußen wird ein Wurf geben. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Jakobs. Guter Schuss jetzt. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Pass wird abgefangen. Weiter am Ball. Abwehr findet kein Mittel. Sichere Parade. Sie nehmen den Wechsel vor. Der Ball kommt rein. Sie können nicht klären. Sie sind weiterhin bedränglich. Super Kopfball. Aber gehalten. Klasse Aktion von beiden. Mit dem besseren Ende für den Torwart. Ja, schwacher Ball hier. So. Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Und jetzt haben sie den Ball. Jakobs. Chance zum Konter jetzt. Aber der Ball ist jetzt erst mal weg. Und wie geht es für den 1. FC Köln weiter, Buschi? Es geht gegen... Ah, jetzt könnte es eine gute Gelegenheit geben. Ungefährliche Wahl und den hält er natürlich. Jetzt könnte Dynamo Dresden vielleicht über außen kommen. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Und jetzt ist der Ball weg. Die Szene damit erst mal geklärt. Viel leichter, schneller konnte er jetzt. Der 1. FC Köln mit dem Einwurf. Jetzt kommt der Wechsel. Das ist Willstmann-Haffer. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Hofmann. Ja, setzt sich schön durch. Jetzt gut dazwischen. Weg ist der Ball. Es gibt einen Treffer im Spiel von Bayern München. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Bayern München. Der neue Spielstand lautet damit also 2 zu 1. Gespielt sind 82 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Jetzt lässt sich nicht behehren, den hält er. Ecke kommt in die Mitte. Sie bringen den Ball raus nach dieser Ecke. Schussversuch. Gute Parade. Gibt Ecke. Und das gibt Freistoß gegen den FC. Das gibt Einwurf. Das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Nachspielzeit ist angezeigt. Es gibt noch eine... Wir haben den Schlusspfiff in dieser Begegnung. Die Gastgeber dürfen sich über einen Sieg... Jetzt dieser gefährliche... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 den kann er blocken sah gefährlich aus die gäste sind bislang die große überraschung dieser saison ja und wir werden mal sehen ob sie das wirklich durchhalten können es ist noch eine lange spielzeit und wenn sie dort wichtiges tägliche hier hoffmann energischer vorstoß mit ihrer passsicherheit kontrollieren sie die partie gerade weiter gefährlich nach dieser parade ball geklärt das wäre sonst keine so schlechte möglichkeit gewesen klasse ausgetrickst da war mit den fingerspitzen dran jetzt können sie nachlegen gibt ecke weiter diese szene immer noch gefahr sie einfach mal schuss kommt nicht durch und er gibt elf meter jetzt können sie die führung erhöhen sie verwandelt den straffstoß spielstand 2 0 im moment läuft es natürlich für sie hoffmann wo die gladbacher kommen und jetzt ist der ball weg die szene damit erstmal geklärt in sachen ballbesitz sind die gäste hier die bessere mannschaft und wenn du diese spielerische überlegenheit so gut in torgefahr umsetzen kannst dann kommt ein überlegender auftritt aus die führung es gibt freistoß für gladbach den zweikampf wird er sehr gut da sehen wir die tafel eine minute wird nachgespielt und das war die erste hälfte gladbach ist klar hinten gladbach muss einiges tun um genau zu sein in dieser zweiten hälfte wenn das hier keine niederlage geben soll frühe stören da musst du erst mal gegen ankommen ball gewinnen vielversprechender angriff jetzt die hereingabe und jetzt ist diese szene beendet aber er muss so langsam aufpassen weiter dieses dribbling jonas hoffmann der anschluss treffer jetzt weiter gas geben dann können sie den ausgleich noch schaffen so die gladbacher sind fast wieder dran es ist nach diesem treffer nur noch ein tor rückstand der ball ist drehen jetzt sind sie also mit zwei in vorne hier haben wir dieses tor noch mal in der wiederholung zuerst der steilpass und hier sehen wir wie er die gesamte abwehr einfach abhängt und wolf am ende hatte auch noch die ruhe den ball ganz cool im tor unterzubringen der neue spielstand lautet jetzt also 3 zu 1 hannes wolf sie verfallen dann nicht in hektik beim spielaufbau den ball hat er gut geholt chance zum anschluss treffer das ist gut verteidigt klärt den zeiten aus wird natürlich einwurf geben jetzt sie nehmen den doppelwechsel vor schneider das könnte was werden jetzt sehr gutes täglich das war wichtig das muss es was sein das war dann doch deutlich drüber das ist vielleicht jetzt die chance mal für glattbach der versuch aus der liste anstatt war knapp wenn da das tor fällt dürfen sich nicht beschwerten das ist vielleicht jetzt die chance mal für glattbach der versuch aus der liste anstatt war knapp weil da das tor fällt dürfen sie sich nicht beschwerten die gäste führen ja klar wir sind mittendrin der schlussphase ist ein schönes spiel einfach zwei tore führung verdient also den sieg holen die sich kein zweifel dafür wir können nichts aus der flanke machen hofmann es bleiben hier noch acht minuten ball kommt rein den ball viel platz hat oder nicht aus nächster nähe scheitert er aber das lob gilt natürlich dem keeper da macht dazu macht dicht und lässt nichts anderes ja vielversprechende aktion hier erst mal geblockt er hat den ball wird da was draus gar keine gefahr hier in der situation jacobs pieters da können sie kontern der konter läuft es gibt eine minute nach spielzeit das ist ein vielversprechender pass das ist der schlusspfiff die gäste haben heute also gewonnen das ist der schlusspfiff die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie aus einem winterlichen Stadion. An dem Mikrofon melden sich auch heute wieder Wolfsus und Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Dynamo Dresden gegen Eintracht Frankfurt. Also ich bin sicher, das wird ein Riesenspiel. Geht bei den beiden Mannschaften doch gar nicht anders. Egger. Jetzt könnte Dynamo Dresden vielleicht über außen kommen. Er zieht ab. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten Sie sich kaum wünschen können. Enge Szene. Ball am Pfosten, aber wir sehen es. Er dreht sich noch hinter die Linie. So ist es manchmal. Eine Millimeterentscheidung. Frankfurt ist hinten nach diesem Tor. Es geht weiter. Schneider. Das könnte die Chance werden. Ein lieber Schwan. Das war gefährlich. Im Strafraum kann das auch schnell Elfmeter geben. Aber es ist gut gegangen. Es sieht alles nach dem Titel für Sie aus, auch wenn Sie noch einige Spiele vor der Brust haben. Aber so souverän, wie Sie in dieser Spielzeit bisher auftreten, da fällt es wirklich schwer zu glauben, dass Sie noch mal einbrechen. Klasse Balleroberung. Das war natürlich ein toller Zweikampf. Es tut sich was in der Volkswagen Arena. Ein Tor ist gefallen. Was passiert ist, erfahren wir jetzt aus dem Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Union Berlin. Neuer Spielstand damit 1 zu 0. Gespielt sind... Vielleicht der Ausgleich. Ganz sicher. Der Befreiungsschlag. Entschuldigung, dass wir diese Info zum anderen Spiel leider unterbrechen mussten. Tor also für Union Berlin. Sie führen nun mit 1 zu 0. Sieht vielversprechender aus. Schön abgeblockt. Sie fangen diesen Ball ab. Ah, das könnte was werden jetzt. Die Gelegenheit. Und hier ist der Torwart sicher. Er hält den Ball. Und da ärgert sich der Spieler, das wäre ein weiterer Treffer gewesen. Die Ecke kommt rein. Ja, toll gehalten. Der Gegner war dran. Noch ein Eckball. Da ist der Ball erstmal raus. Guter Einsatz. Ball ist im Haus. Es gibt Einwurf. Und Klasse durchgesetzt. Alexander Isak. Nicht gut gemacht da in zwei Kraft. Das muss es sein. Da ist der Ausgleich und alles zurück auf Anfang. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Ein guter Block hier. So fangen Sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und Sie verlieren den Ball dann doch. Das könnte vielleicht was werden. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Das gibt einen Einwurf. Es geht in die Pause. So, weiter geht's. Wir gehen rein in den Durchgang zwei. Drehblink geht weiter. Die Abwehr findet einfach kein Mittel. Und jetzt ein Schuss. Der Keeper hat den Ball. Der war nicht platziert genug. Um ihn hat es zuletzt Diskussion gegeben. Geht, da bleibt er. Jetzt kriegen wir das Ergebnis. Er geht. Der Wechsel steht fest. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat. Ah, Moment. Jetzt knallt es gleich. Er hat den Ball. Wir halten. Aber die Szene geht weiter. Geblockt, aber weiter gefahren. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Da lässt er nichts zu. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Das könnte was werden. Die Schuss zur Führung. Sie holt sich die Führung zurück. Da ist das Tor. Ah, sie sind heute einfach richtig stark. 2-1. Hier ist noch alles drin. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Aber wir sehen es. Ballverlust. Die Chance hier. Nein, kein Tor. Schöner platzierter Ball, aber am Ende eben doch kein Treffer. Sie wechseln aus. Egger. Der Ball holt er. Gut verteidigt. Das könnte gefährlich werden. Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Peters. Er kann es machen. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Isak. Alexander Isak. So wird das nix mit dem Tor. Der Tor ist da. Die Enke kommt rein. Großartige Aktion vom Abwehrspieler. Da rettet er in letzter Sekunde. Ich war mir so sicher, dass das ein Tor wird. Klasse reagiert. Ja, da ist Platz jetzt. Den Ball holt er. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Es tut sich was in der Volkswagen Arena. Ein Tor ist gefallen. Was passiert ist, erfahren wir jetzt aus dem Studio. Wir haben hier das erste Tor für den VfL Wolfsburg. Galeno hat es gemacht. Vielleicht der Ausgleich. Unglaublich. Da ist der Ausgleich. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung dieses Tors. Erst kommt der Pass. Und dann zum Abschluss dieser Lupfer. Besser kannst du es nicht machen. Alles wieder hoffen hier. 2-2. Sie nehmen den Wechsel vor. Diesen Blick aufs Parallelspiel. Mussten wir leider abbrechen. Das guten wird zu entschuldigen. Es gibt also eins. Er kann diese Chance nicht nutzen. Ja, aus dieser Entfernung, Wolf. Da macht das normalerweise besser. Und es bleiben noch 5 Minuten. Und jetzt könnten sie die Partie noch zu ihrem Nutzen entscheiden. Das ist die Führung. Sie machen hier tatsächlich noch das Tor. Unglaublich. Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss. Und sie haben die Führung. Schröder. 60 Sekunden gibt es noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Das Spiel ist aus. Die Gastgeber gewinnen also diese Partie. Da sieht man wieder, was es ausmacht, wenn du den unbändigen Sieg es wirst. Die Gastgeber gewinnen. Die Gastgeber gewinnen. Bardzo건���tisch. Untertitelung des ZDF, 2020